Gibt es etwa weiteren Nachwuchs im Let's Dance Universum? Ein Profi-Tänzer machte nun eine vielsagende Andeutung. Let's Dance? Baby-Überraschung? Die Profi-Tänzer bei Let's Dance sind bei den Fans der Tanzshow extrem beliebt. Jährlich freuen sich die Zuschauer besonders auf ein Wiedersehen mit altbekannten Gesichtern, wie Massimo Sinato, 42, Christian Polanz, 45, und Co. Auf wen sie aber in diesem Jahr verzichten mussten? Evgeny Vino-Kurov, 32. Kurz vor TV-Start wurde bekannt, dass der Tänzer bei der diesjährigen Staffel nicht mit von der Partie sein würde, er selbst erklärte, RTL habe sich ganz einfach gegen ihn entschieden. Ein großer Schock für die Fans. Doch dennoch gab es hier und da zumindest so manch ein Wiedersehen mit Evgeny, unter anderem bei der Profi-Challenge am 26. Mai. Und vorab machte er im Interview mit RTL eine vielsagende Andeutung. Evgeny Vino-Kurov, könnte sein, dass die Familie größer wird. Denn, als Evgeny Vino-Kurov auf seine Let's Dance-Pause angesprochen wird, kam der plötzlich auf seinen Wunsch nach einer großen Familie zu sprechen, und erklärte dann mit einem Lächeln im Gesicht, dass weiterer Nachwuchs denkbar sei. Ich habe viel Zeit mit meinem Sohn, mit meiner Frau und meinen Hunden verbracht. Und da kommt vielleicht auch eine Überraschung Ende des Jahres. Es könnte sein, dass die Familie größer wird. Ob vielleicht wirklich wieder Nachwuchs unterwegs ist? Bislang ungewiss. Ende 2021 waren der Let's Dance-Profi und seine Frau Nina Betsubova zum ersten Mal Eltern geworden. Söhnchen Neo kam aufgrund einer Corona-Infektion damals sechs Wochen zu früh zur Welt. Ob es sich bei der Überraschung wirklich um Baby Nummer zwei handelt, wird sich wohl erst noch zeigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017